Yo Leute, und am Ende wieder willkommen zum Rutschtungstag, Filmen, aus dem Flass! Nja! Ja! Und Decentus war beim letzten Mal... Joach! Ey... Joach! Jetzt hab ich schon... Ich glaub Minecraft kackt schon wieder bei mir grad ab. Ja, cool. Warum immer? Nach vier Aufnahmen oder so. Ja. Irgendwie, ne? Cool. Na ja, passt hier. Ja, Minecraft ist schon wieder abgeschissen. Recht, ehrlich. Zack, zack. Irgendwie hat das Probleme. Du hast auch Probleme. Muss ich halt die Musik eben stoppen, dann kackt Minecraft ab. Ja, was wird... PDF? Was wird das denn eben? Ja, Minecraft scheißt ab. Gibt's halt ne... Quassel-Folge erst bei Centus. Ja. Ja, was ist das denn? Ich bau mich grad hoch. Ja. Äh... Äh... Ist das neu, wenn du... So... Dann geht's bei mir jetzt richtig so weiter einfach. Beschiss hier immer. Hahaha. Ja, du bescheidst du mal das Stadt. Mann, Mann. Vielleicht der bescheidbar. Nein. Doch. Komm, zwei Level noch. Nein, kein Level noch. Zwei noch. Zwei noch. Nein. Na ja. Jetzt hab ich neun Plints. Mit drei Federn. Na ja. 16 Pfeile. Oder hab ich irgendwo noch Federn? Glaub mir. Hast du keine Hühnchen? Nein. Na ja. Die sind woanders ausgesetzt. Ach, toll. Jetzt mal ein paar Eier mitnehmen müssen. Ja, toll. Ach ja. Jetzt Hühnchen feiern keinen. Hätte. 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 Pech. Na ja. Ist ja auch egal. Gibt. Auf. Ach ja. Das hab ich auch. Mir vielleicht nur noch einen scheiß Kopf. Warum? Ach, sei wohl vielleicht. Deine Striche. Wir müssen Striche. Und durchs Portal. Aber kein Superschwert hast du. Nö. Oh, ich hätt gern mein altes Schwert noch vom Anfang. Das war lustig. Alter, das war so ein geiles Schwert. Looting Unschärfe. Du bist ja angeblich nur wegen mir gestorben. Ja. Weil ich dir was erklärt habe und dann bin ich wegen dir gestorben. Du hast noch mal nicht. Dann hab ich nicht aufgepasst und bin einfach weiter gerade ausgelaufen. Obwohl ich abgebaut habe und Lava entgegen. Du hast noch mal sappel, sappel, sappel gemacht. F3H und dann wieder entfernen. Ja. Ja. Du Bility. Ja. Du Bility. Bei mir was? Sag ich. Ne. Ich hab doch immer... Wow, da ist gleich doch einmal. Hast du das ne neue Mal gemacht, ne? Ja. War ja so. Na, kaum noch ein Level und dann ist gut. Na, 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 na. Na, na, na. Wow. Boy. Yay. Ich hab die Bladespots zusammen. Ähm. Drehn. Brauchst du da noch für welche 13? Ja, du... Was? Tot? Ich hab alle 3 Schwerter dabei gehabt. Nein. Doch. Und du bist im Neta gestorben? Ja. In Lava. Und das Skelett hat mich runtergekickt eben. Nein. Mein Kopf ist und so ist alles gelagert. Ne, das ist aber deine 3 Schwerter, witzig. Scheiß drauf. Ehrlich. Ich scheiße grad irgendwie drauf. Witzig. Ich kack da drauf. Aber Lohnrohr brauchst du auch für die Stärketränke. Ja, voll doch. Ob 1,2 will ich schon ein paar mehr fahren. Oh ja, aber ich muss mir den neuen Schaufeln einmachen. Ich hab die gar nicht weggetan. Ah. Hm. Hm. Wo kommst du denn, du Schatzcreeper? Verpiss dich. Ich hab grad keine Waffe bei mir. Piss dich. Du hast deine Hände. Ja. Ja. Besonders beim Creeper, ne? Ne. Ne? Ne? Ich hab grad deine Hände. Wie viel Stücke brauchst du es mit den Händen? Weiß ich nicht. Zehn. Ja ungefähr, ne? Ne. Ne. Aber ey, ich kick das mich echt erstmal zur Seite und ich flieg da runter. Ich könnt kotzen. Ne. Ich find's lustig. Naja. Und bin da kein Geo oder so. Ich brauch mir keine Pfeile craften. Ach meine Pfeile sind weg. Scheiße. Ich bin da so ein Vorteil mit dem Spawner hier. Ah, tot ist es endlich. Meine Beine sind weg. Scheiße. Ach ja, soll ich dir mal sagen, ich hab 41 Pfeile. Und ich hab nix dafür ausgegeben. Dank dem Sklitz Spawner! Meiner von Strons Wrote oder Knoten und es ja外 löschen ist. Die bau' ich glaub mal schön zur EP Farm um! Weiß! sexually lol Das bauch' ich erstmal wieder Hals. Wiederun. Ihrqust! Ach ja, ist das nicht schön? Erinnert dich das nicht an irgendwas, als jemand gestorben ist, das Projekt komplett beendet hat? Ah! Musik in meinen Ohren! Sparks! Ja. Aber das ist komplett beendet Sparks hat es ja komplett beendet Ja Aber er hat keine Lust mehr Seine eigene Challenge Gefährlich Muss man jetzt eigentlich umbenennen, die Nicht-Sparks-Challenge? Äh, glaube ich Wie hast du denn? Er spielt es ja nicht mehr selber So, das habe ich alles wieder Ein Bogen, den man zusammencraften kann Wie so einen Bogen, den habe ich doch sowieso Nö, ich habe ja Bögen und Mass So Da habe ich Drei Enderperlen habe ich nur Fui Egal, da habe ich 41 Pfeile Sack 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 Ja, so nicht mehr die 41 Pfeile Ach, die 41 Pfeile Ja, komm mal Mega Halt, warte, ehrlich Mu Ho 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 So Sack, zack, zack Wüstung habe ich auch Komplett Wüstung Komplett Hm, Wüstung Komplett Äh Bogen habe ich auch Ab in die Hölle Ach, mein ganzes Essen ist weg Kacke Ach, ja Boah, ist das Musik in meinen Ohren Ha Naja, ist das so, ne Kann sich's ändern Pech Pech gehabt Au Ich sollte meine 30 Level lieber verzaubern Anstatt in die Hölle direkt reinzugehen Ich möchte ja nicht so wie Cento sterben Ich sterbe lieber eher mit einem schönen Verzauberten Schwert Ich hatte doch auch verzaubertes Schwert Ja, die waren, das waren voll die Dulli-Schwerter Ja, und? Looting ist das Zauberwort Ja, kriegst du eh nicht Ne, krieg ich auch nicht Also sag mal ganz ruhig Rückstoß und Verbrennung Verdammt Ja, Rückstoß und Verbrennung Brennung hatte ich ja dann auch Aber meistens hatte ich immer Rückstoß und Effizienz Oder Heizbarkeit mit drauf Ich hätte auch Looting 1 nehmen können Ach ja, heul auch Ja, ich heul Na ja Na ja, ist halt Ich habe auch nicht keins So, zack Aber ich habe ja selbst einen Bogen mit Stärke 2 Das reicht auch noch Aber jetzt fehlt mir wieder ein Basemort Ich habe auch einen mit Stärke 5 Bogen Und Schlag 2 Also Punch Punch, Punch Wir wollen Punch Nicht in die Lava fliegen Natürlich, natürlich Sicher, Dinger Natürlich, natürlich Flieg in die Lava Zentos flog in die Lava Hey, du flogst einfach nur in die Lava Du hast unterwegs gesungen You can fly No, habe ich nicht I want to touch the sky Ist klar Ich bin nicht Bist du Ich bin Nicht Batman Und auch nicht Spider-Man Du bist Fat-Man Du bist Fat-Man Donut-Antacke Du bist Fat-Spider Fat-Spider-Man Fat-Spider-Man Toll war das eben ätzend Das war geil Das war lustig Das war lustig Lustig, lustig Tralalala Baldis Weihnachten Für alle Da Lustig, lustig Der Flash 541 Tralala 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 Die pigmates Wowowowowowowowoww Heeeeh Mh Hhh Hhh Das sind bleedcher Hhh 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 Thri Hhh 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 Prodichai Hhh 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 So, ein paar Kartoffeln mehr Hhh Hb genug Knochen gel also genug knochen gekriegt wird gewisse sklitzel naja naja so ist das ne flash naja jedem passiert das mal dass er sterbt oder auch zweimal oder auch dreimal oder auch viermal oder auch 23 mal nach halt doch die klappe 25 mal aber so jetzt habe ich mir noch beide stellen tränke rein und jetzt geht es ab dann kommt johnny mit keine ahnung und dann komme ich ja ich brauche für blaze brauche ich zwei schüsse bogen stärke 2 und noch mal stärke so gut das schon was die tränke haben schon was nein kommt mir her er sagt kommt mir her Naja Du wirst mal Braten lassen Brat, Brat, Brat Bats Bats Boah Das Hühnchen brüchte ich echt eigentlich Eigentlich Hallo Herr Wizzar Naja So ist das halt So spielt das Leben, ne? Nein Nein War nicht sogar meine, sag nein Doch Oh, da ist schon wieder das Ende der Folge? Jep Da ist schon wieder das Ende Oh yeah Es geht viel zu schnell gerade Leck mich am Sack, Gast Nein Wie du brauchst mehrere Schüsse? Warum kann man das Wachstum der Kühe nicht beschleunigen, ne? Was? Ja, dass sie schneller groß werden Was denn? Kühe Kann man nicht Ja, ich sag ja Schal, dass man das nicht kann Kann man nicht Achso, ruhig Kann man nicht Ja, mach Fick, 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 Fick die Kühe Kann man nicht Yeah Kann man nicht ich glaube du hast eine schadplatte kaputt kann man nicht anders geht das jetzt einfach mal mit einem ep sauber so fast mit einem ep looting das wäre was looting 1 warum nicht ja bei 15 büchern ist die niedrigste glaube ich sieben oder so ich habe schon wieder vier wieser das nervig immer das wird die anzeige anzeigt in einem user kann ich nicht schlagen kommen ich würde mal sagen bis zum nächsten mal leute tschüss